Hallo, mein Name ist Westwolf. Ich bin von Sima over Hawaii. Live goes on the down to death. Ähm, ich hab's noch nicht gespielt, aber soweit ich weiß. Spielen wir einen Ritter, der stirbt und dann kommt ein neuer Ritter, den wir dann spielen. Und der alte Ritter ist noch da, also das ist so eine Art, also das ist ein Puzzle-Game, glaube ich. So, guck mal, wir können viermal sterben und haben 30 Sekunden Zeit. Ist ganz einfach, wer ist D und springen? Mehr gibt's nicht. So, that's the game. Das schaffen wir nicht, also, kommen wir wieder auf unsere Leiche und schon haben wir's geschafft. So geht's. Easy peasy. Die Ritter haben sogar Zufallslamm, wie ich's grad gesehen hab. 30 Sekunden. Also ich find's cool. Ich hab einfach freigeschaltet, okay. Bip. Jetzt mal so ein, weiß ich, so ein bisschen schön short, kannst du chillen. Okay. Ah, okay, okay. Ging auch ziemlich schnell, würde ich sagen, auch wenn's, ich glaub, ein bisschen knapp war, aber... Ich glaub, das Game könnte auch gar nicht geil werden. Das ist unmöglich. Oh nein, das war... Oh nein, die Arme! Das ist Jeff. Okay. Okay. Ich weiß aber nicht, was das jetzt mit Jeff zu tun hat, aber ist ja... Vielleicht gehört Jeff dazu. Ja, Jeff gehört dazu. Das so... Wie ging er hin? Sie sind einfach Topmodisch hörner. was ist denn für ein tritt, das muss ich schlack machen du zerren Dagmar Alter, das Game Das Game, doch Ah, schade Rechtsgräfin Marie Luise Hals Nein, da war ein Schiff Die Ritter stehen da immer ein bisschen komisch drauf, auch wenn die auf den anderen Rittern sind, aber so ist die wirklich geil Aber wir gehen einfach über unsere Freunde Ja Oh Gott Ich habe nicht mehr so viel Leben Ich glaube jetzt nicht Oder nicht Ich habe nicht mehr viele Ritter Oder habe ich es dann nicht geschafft So was von kein Antöner für mich Und ich bin nicht so schlecht dafür Warum fliege ich da auch mal runter Also los Ich bin nicht mehr so viel Es wird eine Gitarre Ich habe nicht mehr nur eins Ich bin nicht mehr so viele Ich hoffe zu machen Aber wer ist das Schärlich Alter Schwede, ey. Also da habe ich echt lange für gebraucht, ich hab's irgendwie nicht... Aber ja, klar. Auch wenn ich's... Ja. Ja. Ich darf mal... Und... Der Typ... Der Typ... Oh mein Gott. Ah! Ah schnell! Neuer Schwede. Simon der Verräter. Schatz. Das Game hat sowas. Vor allem, ich kann mit einer anspielen, mit der anderen... Äh, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was man mit der anderen tut. Ah. Okay, I'm not sure, what to do now... Ich wüsste. Ich hoffe, ich habe nur ein Leben. Ich hoffe so. Ja. Gut, dass ich da nicht runtergefallen bin. Leute, let's go here. Komm, wir gucken, wie das nächste ist. Oh, what the fuck, ey. Wir müssen aber sagen. Wäre das natürlich nicht so geil. Bäh. Komm schon, Axt, man. Tausend. Tausender Mord. Fünfzig. Fünfzig. Oh, tausend. Die Feminine Reichsflüsse und Dieteline Krause. Oh, bin ich. Und hier das gleich noch. Die Feminine Reichsflüsse und die ganze Zeit aufbauen. Okay, das war nicht so schwer, auch wenn ich nie mehr lehme, als ich dachte, ich bin 8, 9, 10, wie viel hatte ich? Ach ne, ich hatte 10, habe aber 8 verbraucht. Okay, jetzt hole ich es hier. Das hat keiner gesehen, dankeschön. Was? Das war's für heute. Oh, ich hoffe da war nichts zu weit. Ich weiße, warum schon du schaffst es? Wir versuchen es so, sonst geben wir uns nicht. Und nicht mehr viel Zeit. Ja. Stell dir vor, du schiebst den Kumpel dahin. Ja, komm, der ist schon tot. Scheiß drauf, fuck it. Ach so, ne, okay. Ach, wir haben die Herausforderung nicht. Ah, okay, man kann also... Jetzt habe ich es endgültig durch. Stell dir mal vor, so, ja komm, scheiß drauf, dann kann ich dem einfach mal so einen Stachel in den Rücken rammen. Okay, what the fuck. Ja, ich hab Larry. Okay. Larry, don't have no training. Oh, was jetzt? Das ist ein Anstoß. Nein. Nein! Ich zieh. Wie sehe ich das mal? Ja. Komm jetzt. Wuuuuhuuu. Also wir sind richtige Profis. Wir liegen professionell in der Zeit, ja. Ich meine, 1-10 habe ich in Übel geschafft, ja. Leute, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Trinkglas. Tschüss. Tschüss. Ach, Leute, der bleibt da ja drauf liegen. Ich bin so ein Idiot, ne? Wie ich das erst... Ooooooooh. Okay, tut mir leid. Wtf, ich bin so schlecht mit 3 und 5, ey. Alles klar. Naja. Naja. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall erstmal für diese erste Folge. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Irgendwie ist das Spiel komisch, aber geil, aber irgendwie. Komisch, aber geil, aber komisch. Aber auch ein bisschen geil. Deswegen. Cool. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.